Hallo und willkommen zur Albenrevue. Das hier wird eine recht interessante und vermutlich eine extrem krasse Episode, zumindest für mich. Also, packt mal das Popcorn aus. Ich setze meine Betrachtungen der Studioalben von Yes fort und inzwischen sind wir im Jahr 1991 angekommen und kommen damit zu einem Album, das wie kein anderes die Fans spaltet, ja sogar die Musiker in der Band auf die Palme bringt. Union wurde bei seinem Erscheinen als der große, einzigartige Wurf vorgestellt, die Vereinigung der Gegensätze, eben Union. Doch Rick Wakeman nennt dieses Album immer nur Onion, also Zwiebel auf Englisch, weil er angeblich jedes Mal, wenn er die CD abspielt, Tränen in den Augen kriegt. Und Bill Bruford hat mehrmals gesagt, das sei die schlechteste Platte, auf der er jemals gespielt hat. Das sind alles sehr harsche Worte. Da kann man sich natürlich denken, was einige der Yes-Fans erst für Worte benutzen, um ihrer Enttäuschung Ausdruck zu verleihen. Doch ich kann jetzt schon ankündigen, dass meine Einstellung zu diesem Album deutlich wohlwollender ist, als die der Musiker, die darauf gespielt haben. Es wird also alles recht verrückt. In der letzten Episode ging es ja um Anderson Bruford Wakeman Howe, sozusagen die Alternative zu Yes, welche in 1989 zu diesem feindlichen Schisma führte, bei dem es das kalifornische Yes gab, auch bekannt als Yes West, bestehend aus Trevor Rabin, Chris Squire, Alan White und Tony Kaye. Dieses Quartett hatte allerdings keinen Sänger und trat somit nur bei einzelnen TV-Auftritten und bei irgendwelchen Festivals sparsam in Erscheinung. Und dann gab es eben die in Europa lebende Alternative aus John Anderson, Bill Bruford, Rick Wakeman und Steve Howe, die sich zwar rechtlich nicht Yes nennen durften, aber ansonsten vor Gericht, als die ursprünglichen Komponisten der Yes-Stücke durchaus punkteten, so dass sie zum Beispiel ihre Tour An Evening with Yes Music nennen durften, ein Abend mit der Musik von Yes. Diese Variante von Yes besaß einen sichtlich anderen, sehr 80er Jahre lastigen Sound. Sie hatten Tony Levin am Bass und bei einigen Teilen der Tournee auch Jeff Berlin. Ohnehin war diese Konstruktion nur deshalb möglich, weil Rick Wakeman dringend Geld brauchte, weil Steve Howe nicht mehr in Asia spielte und weil King Crimson wieder in einem Limbo sich befanden, was wiederum Bill Bruford und Tony Levin freistellte. Yes West ohne John Anderson hatten allerdings einen schweren Stand. Die Band probierte zwar den Ex-Supertramp-Sänger Roger Hodgson für den Gesang zu rekrutieren, doch das versandete schnell. Und Anderson Bruford und Wakeman Howe hatten eine solide Blatte rausgebracht und heimsten allerlei Lob ein. Und sie gingen auf eine sehr erfolgreiche Tournee, die eine Menge Yes-Fans anzog, die voller Sehnsucht endlich wieder Bill Bruford und Rick Wakeman sehen wollten und vor allem Fans, die all den Pop-Kram von Big Generator einfach satt hatten. Die Idee, diese beiden Lager zusammenzubringen, also anstelle schmutzige Wäsche öffentlich zu waschen, lieber einen Geist der Einigkeit zu demonstrieren, entstand wohl in den Büros von Arista Records, vermutlich in unmittelbarer Nähe von Clive Davis. Dies hätte bedeutet, dass Yes schlagartig auf ein Volumen von acht Mitgliedern ansteigen würde und dass bis auf den Liedgesang und den Bass jedes Instrument doppelt vertreten sein würde. Zwei Gitarristen, zwei Schlagzeuger und zwei Keyboarder. Was jedoch schwerer wiegt, ist die Realität hinter all dem, nämlich acht Rechtsanwälte, die sich untereinander und mit den Anwälten von Adco und Arista einigen mussten. Aber Arista hatte nicht so ganz Unrecht bei der Feststellung, dass diese spektakuläre Union der Musiker für die Yes-Fans ein besserer Anblick war als dieser komische transatlantische Streit zwischen Yes-West und ABWH. Die Plattenfirma schaffte es, die Idee auch allen Beteiligten schmackhaft zu machen, was ein Vorgang war, dem ich gerne stumm beigewohnt hätte. Adco, also der 80er-Jahre-Ableger von Atlantic Records, ließ sich darauf ein, sich von Yes zu lösen. Wobei ich eher davon ausgehe, dass an diesem Punkt der Geschichte Yes seine Verträge mit der Plattenfirma vielleicht im Jahrestakt erneuerte. Nur am Rande. Yes war eigentlich stets dieses vorrangige Beispiel für diese typische Band der späten 60er Jahre, die einen Plattenvertrag über 9 oder 10 Alben unterzeichnete, was 23-jährige Musiker oft gerne tun, weil es ihnen das Gefühl gibt, endlich einen Hafen gefunden zu haben. Doch wie Chris Squire mal sagte, dieser Vertrag sollte die Band 10 Jahre später noch wie ein Spuk verfolgen. Aber sicherlich spielte auch mit rein, dass Big Generator nun auch schon fast 4 Jahre her war und Yes, respektive Yes West, seitdem nicht viel gemacht haben. Yes als eine aktuelle Band war für Atlantic, respektive Adco, nun längst keine heiße Kartoffel mehr. Das kostete niemandem Kopfweh, sie an Arista zu verlieren. Und Adco blieb dann noch für lange Zeit die Plattenfirma, die bezüglich Yes ihr Geld mit all den unzähligen Compilations und Live-CDs machte, die dann noch jahrelang, wenn nicht sogar jahrzehntelang erschienen sind. Aber Yes war nun eine Arista Property. Allerdings nicht für sehr lange und das wusste damals in 1991 noch niemand. Allerdings beginnt hier an dieser Stelle diese neue Phase von Yes, die aus ständigem Label-Hopping besteht, auch wenn sie gegenwärtig vermutlich recht endgültig bei Sony angekommen sind. Aber ich muss gestehen, dass mein Wissen um Yes, was die letzten Jahre betrifft, sehr begrenzt ist. Und gerade für Anderson, Bruford, Wakeman, Howe muss diese Situation einige Fragen aufgeworfen haben, denn sie fuhren mit ihrem seltsamen Konstrukt ABWH ja gar nicht so schlecht. Die Konzerte waren ausverkauft, das Album, das ich im letzten Video besprach, war kein Desaster und platzierte sich quer durch Europa, sogar in einigen Album-Charts. Hatten sie es wirklich nötig, sich auf eine Union einzulassen? Nicht wirklich, aber irgendwie hatte man sie schließlich rumgekriegt. Es muss ja auch ein Verständnis vorgeherrscht haben, dass dies von den Fans extrem wohlwollend aufgenommen wird. Die Plattenfirma sah das alles als eine riesige Synergie an. Was konnte denn schieflaufen? Denn ABWH arbeiteten bereits am Material für ihr zweites Album, welches dann eben in dieses Album hier Union einfließen würde. Und auch Trevor Rabin und Chris Squire auf der anderen Seite des Atlantiks hatten bei Yes West allerlei Songs geschrieben. Natürlich war der Prozess von Anfang an recht holprig, denn Yes West, die immer noch ein wenig von dem Gefühl beseelt waren, sie seien die etwas richtigeren Yes, da sie den Namen benutzen durften, die traten erstmal etwas zu hart auf. Sie schickten nach England vorerst den Vorschlag, dass Anderson, Bruford, Wakeman & Howe ihre Bänder für das geplante zweite Album nach Kalifornien schicken sollten und dass Trevor Rabin und Chris Squire das alles abmischen und nachproduzieren würden. Das kam so gar nicht gut an und wurde kurzerhand abgelehnt. So musste Arista deutlich diplomatischere Methoden ansetzen, um diese acht Primadonnas miteinander zu koordinieren. Vorweg gesagt, von der Vorstellung, dass nun eine riesige Yes-Familie von acht Musikern zusammen lachend und dämmend im Studio sitzen und dieses Album produzieren wird, davon sollte man sich schnell verabschieden und vielleicht ab und zu auch mal die Bong weglegen, denn das wurde meines Erachtens nach niemals auch nur ansatzweise in Betracht gezogen. Die Plattenfirma würde das zwar so darstellen und sicherlich so vermarkten wollen, aber es zeichnete sich schnell ab, dass der Entstehungsprozess dieser großen Kongregation der Yes-Mitglieder in Wirklichkeit ein Haufen Getrickse sein würde. Getrickse, das vonnöten war, um sich irgendwie an der Tatsache vorbeizumogeln, dass es in dieser neuartigen, achtköpfigen Band ein paar Leute gab, die so gar keinen Bock hatten, miteinander überhaupt im selben Raum zu sitzen. Man hatte es damals nicht mal geschafft, sie alle acht für eine Fotosession in denselben Raum zu kriegen. Später gab es dann auch Gruppenfotos mit allen acht Mitgliedern, doch die entstanden im Zuge der entsprechenden Tournee, dazu später mehr. Es war also schon immer klar, dass die Produktion von Union vorrangig eine massive Kurierbewegung über den Atlantik hin und her darstellen würde, denn damals konnte man sich noch nicht einfach die Waffendateien per E-Mail schicken, wie man es heute täte. So, auf der einen Seite war immer klar, dass dieses Album so eine Art Homunculus wird, bei dem man versuchen würde, die Arbeit von zwei verschiedenen Bands, also Yes West und ABWH, plausibel miteinander zu verschrauben. Allerdings bestand bei der Plattenfirma explizit der Wunsch, dass diese beiden Bands sich doch auch bemühen sollten, mehr zusammenzuwachsen. Es musste doch möglich sein, dass zum Beispiel Wakeman und Steve Howe mal ein paar Spuren beitragen würden zu einem Track, den Trevor Rabin und Chris Quire aufgenommen hatten, oder umgekehrt, dass zum Beispiel Trevor Rabin auf einem Stück spielt, das eigentlich ursprünglich für das zweite Anderson-Bruford-Wakeman-Haw-Album geplant war. Erst wenn solche echten Überlappungen stattfinden, kann man guten Gewissens von einer Union sprechen. Denn alles andere wäre doch nur Show für das Publikum, aber nicht wirklich ein besonders aufrichtiges Projekt. Nun, das hat leider nicht wirklich so geklappt. Und wie gesagt, da wurde sehr viel kaschiert. Und es wurde ja schnell klar, dass das sehr kompliziert werden würde. Und so heuerte man natürlich Menschen an, Produzenten, Mittelsmänner. Allen voran Jonathan Elias, der sich als Filmkomponist versuchte und sich einen Namen als Produzent machte. Ich glaube, es war John Anderson, der Elias angeschleppt hatte, damit dieser ursprünglich das zweite Anderson-Bruford-Wakeman-Haw-Album produziert. Er war damals erst 36 Jahre alt und damit auch einen Tick jünger als die Bandmitglieder. Ihm unterstand es nun, diesen Haufen aus Egos zu einer fertigen Platte zu führen. Und ich muss sagen, ich mag, was er für dieses Album getan hat. Ich finde diesen warmen, etwas cineastischen Sound, den dieses Album hat, ziemlich großartig. Finde ich, dass bei all dem Getue ein großartiges, gigantisches Album herausgekommen ist? Nein. Großartig würde ich es nicht nennen. Aber es fällt mir auf, dass jedes Mal, wenn ich zu diesem Album zurückkehre, ich es nie hasse. Ja, es gibt vielleicht zwei Songs auf dieser Platte, die übrigens allein aus Gründen der Länge de facto ein Doppelalbum ist. Es gibt vielleicht zwei Songs hier, die mir nicht gefallen. Aber all die anderen Songs rangieren bei mir zwischen gut und stellweise sogar sehr gut und großartig. Und die Platte war ebenfalls kein Desaster auf dem Markt. Sie verkaufte sich nicht so gut, wie sich in den selben Jahren Nirvana verkaufte oder Guns N' Roses oder Red Hot Chili Peppers. Aber das war eben 1991. Da konnte man markttechnisch keine Wunder von Yes erwarten. Die Tragbarkeit von ABWH und Union stand zu weiten Teilen auf den Schultern der alten Yes-Fans, die ganz eindeutig keine Lust auf eine zunehmende Verpopung von Yes hatten. Nun kann man jetzt auch nicht sagen, dass Union ein deftiges, komplexes Pro-Grock-Album ist. Es ist ein melodiöses Rock-Album, das aber hier und da und das nicht zu selten gerne die Register der Kunst zieht und anspruchsvolle Passagen hervorzaubert. Somit, was ist das Problem mit dieser Platte? Weshalb hassen es so viele der Musiker, die darauf gespielt haben? Und übrigens nicht alle. Ich glaube, Trevor Rabin und John Anderson zum Beispiel fanden Union nie sehr schlecht. Das Problem hat vielmehr mit den Egos der Musiker zu tun. Aber diese Münze hat auch eine Kehrseite und die lautet, dass dies genauso gut mit musikalischer Integrität zu tun hat. Das ist dann eben eine Frage des Betrachtungswinkels. Dadurch, dass diese Stücke tatsächlich weitgehend in mehreren Studios entstanden waren und eine Menge Bänder hin und her unterwegs waren, war der Überblick der einzelnen Musiker nur sehr begrenzt. Und es sind gerade Haudegen wie Bill Bruford und Rick Wakeman, sicherlich aber auch Tony Kaye, die an dieser Stelle auch nur begrenzt viel Enthusiasmus mitbringen, einen so übertrieben komplexen Prozess mitzuverfolgen. Manche dieser Künstler sind dabei, weil sie in einer gut besuchten Konzerthalle spielen wollen. Sie wollen live spielen, nicht weil sie eine komplizierte Roadmap zur Entstehung eines solchen Patchwork-Albums auf der Pinnwand hängen haben wollen. Da ist also viel von dem Geist mit dabei. Naja, im Sinne von, okay, ich bin hier, was soll ich spielen? War das okay? Soll ich noch einen Take probieren? Kennt jemand von euch ein indisches Restaurant in der Nähe? So in der Art halt. Somit für einige der beteiligten Musiker ging das Engagement an den Studioarbeiten zu Union irgendwann zu Ende. Und sie fuhren wieder nach Hause oder gingen anderen Verpflichtungen nach. Doch die Produktion dieses Albums war damit noch lange nicht fertig und würde es noch eine ganze Weile nicht sein. Einige Yes-Mitglieder kannten das ja schon zu Genüge von Big Generator. Und das hier war ein noch komplizierteres Vorhaben. Jonathan Elias saß noch monatelang an den Bändern dran, nachdem die Yes-Mitglieder längst ausgeflogen waren, und versuchte das vorhandene Material zu einem kohärenten Ergebnis zu verschrauben. Und zwar ein Ergebnis, das die gegebene Erzählung unterstützte, dass hier acht Top-Musiker zusammenkamen, um ein Ausnahmealbum aufzunehmen. Und dabei musste er allerlei tricksen. Als dann das Album fertig war und die Musiker zum ersten Mal die fertigen Bänder hörten, platzte manchen so richtig der Kragen. Insbesondere, weil sie bestimmte Spuren und Passagen kaum mit den Aufnahmesessions, an denen sie beteiligt gewesen waren, in Übereinstimmung bringen konnten. Mit dem Material war seitdem einiges gemacht worden. Mit den MIDI-Informationen wurden verschoben, Spuren wurden geändert und es gab Keyboards und Gitarrenparts auf dem Album, die weder zu Wakeman, Kay, Raybin oder Stephen Howe zugeordnet werden konnten. Und die Liste der Studiomusiker im Booklet ist geradezu schockierend. Es sind ungelogen zwölf zusätzliche Keyboarder drauf, inklusive Steve Porcaro von Toto und zwei Gitarristen. Und gerade bei dem Thema Gitarre taucht ein Name prominent auf in dem Booklet. Jimmy Horn. Dazu komme ich später noch. Das war für Yes und für Yes-Fans ein wenig unerhört. Für die Bands am Ende der 80er war das wiederum ganz normal. Trevor Horn prägte diesen Produktionsstil. Ich meine, niemand weiß genau, wer was auf einer Frankie Goes to Hollywood-Platte spielt. Und wer genau nachschaut, findet heraus, dass auf Liverpool Steve Howe spielt und Trevor Rabin und Peter John Vadessi. Aber die Fans von Frankie interessiert das alles nicht. Die wollen geile Mucke zum Abtanzen. Aber Yes-Fans waren bei solchen Details sehr, sehr hellhörig. Und so wurde relativ schnell klar, dass dieses Album ein Konstrukt war, das mit Nieten und Kabelbindern und Sekundenkleber zusammengehalten wurde und mehr den Anschein von acht Musikern im Einklang erweckte. Hätte man sich aber auch irgendwie denken können. Die Schuld an der Misere würde seitdem allzu gerne Jonathan Elias zugeschoben. Die Fans taten es und die Musiker von Yes taten es gelegentlich auch. Sie warten ihm Verfremdung vor. Und so ging dieses Album ein wenig unter und wird in Rankings auf YouTube als eines der Schlusslichter behandelt. Nicht in meinem Ranking, wer mal nachsehen möchte. Aber sehr häufig findet es sich irgendwo unten. Union gilt als dieses Album, das von der Plattenfirma erdrückt wurde. Aber vor allem ist es eben dieses Album, hinter dem ein Teil der eigenen Musiker nicht dahinter steht, was für Musikfans manchmal ein psychologisches Problem darstellt. Es geschah dann aber etwas Interessantes. Das ist dann aber ein paar Jahre später. Wir müssen uns erinnern, dass das hier die Babyschritte des Internets sind. Es gab zwar kaum Webseiten damals, aber es gab allerlei Diskussionsboards. Und gerade für Musik war dies eine tolle Sache damals. Denn unsere Wahrnehmung von Rockmusik war davor, steht so stark davon abhängig, dass Musikzeitschriften uns informierten und irgendeine Art von Dialog am Leben erhielten durch Rezensionen, die abgedruckt wurden und so weiter. Doch solche Zeitschriften starben massenweise aus und alles wurde weitgehend von MTV ersetzt. Dieser Prozess war nach 1991 schon massiv im Gange. Aber da war plötzlich dieses neue Online-Medium. Plötzlich konnte man sich irgendwo einklinken, wo Leute nur über Yes posteten. Das war unglaublich. Ich weiß, das kann man heute nicht verstehen, aber so war das damals vor 30 Jahren. Doch diese Sache, die ich erzählen will, die ereignete sich noch etwas später, gut 10 Jahre nach Junien. Am Anfang von 2001. Und da gaben Jonathan Elias und der Gitarrist Jimmy Horn ein Interview. Das war dann mehr so ein Forum-Interview, das überwiegend getippt, abgewickelt wurde. Und Elias und Horn machten sich da endlich so richtig Luft. Also vor allem Jonathan Elias. Immerhin wird ihnen bewusst gewesen sein, dass die Fans von Yes und zum Teil die Musiker von Yes ihnen den schwarzen Peter zuschoben. Und auch hier vor allem Jonathan Elias. Als hätten sie er sozusagen vermasselt. Als hätten sie den Zugang zum Grandiosen verbarrikadiert. Wir hatten natürlich bis dahin nie ihre Version der Geschichte gehört. Leute wie Wakeman und Steve Howe hatten sich in namhaften Rockmagazinen darüber ausgelassen und die Produktion total getrashed. Hier ist ein Beispiel. Das amerikanische Keyboard-Magazin vom August 1991 mit Rick Wakeman auf der Titelseite. Und ihr würdet nicht glauben, wie unser Rick hier Jonathan Elias trashed und disst. Hier auf der Seite 92 sagt er wortwörtlich Auf Deutsch, ich würde dem Produzenten Jonathan Elias nicht einmal einen Küchenmixer anvertrauen. Harte Ansage. Doch nun kam das neue Medium ins Spiel und diese beiden Interviews, die Jimmy Horn und Jonathan Elias hier gegeben haben, sind faszinierend. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Yes nie diese Band war, die sozusagen ihr Herz auf dem Revers trug, wie man es im Englischen sagt. Sie waren schon ziemlich die Image-Bastler im vollen Bewusstsein darüber, dass sie als Band allerlei Charakterschwächen besaßen, die nicht gerade zu der Musik passten und zu den Ideen und Idealen, die sie damit nach außen projizierten. Es war auch keine Band wie The Who, wo die Gesinnung der Musiker ständig, ob privat oder öffentlich, auf dieselbe Art und Weise spürbar war. Yes waren da ein bisschen anders. Diese Band lebte ein Doppelleben sozusagen. Ich erinnere mich, als ich in den 80ern jemanden kannte, der wiederum jemanden kannte, der für Yes in Deutschland an der Tourneeproduktion beteiligt war. Und diese Person meinte dann einmal, die Hälfte der Band würde sich weigern, auf die Bühne zu kommen, wenn sie nicht eine kräftige Line Koks vorher durchgezogen haben. Ich meine, es waren die 80er, das Schnee-Jahrzehnt, das muss man dann noch ins Kalkül ziehen. Aber ich erinnere mich, wie ich das als sehr junger Mann von mir wies. So ein Quark ernsthaft. Kannst du dir vorstellen, wie John Anderson kokst? Das erhielt nicht die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Die Reaktion war ein schenkelklopfender Ausbruch an Gelächter. Es war einfach an der Zeit, dass ich meine Rock'n'Roll-Unschuld verlor. Besser später als nie. Und ich will damit auch nicht sagen, dass diese Band aus krassen Druggies bestand. So schlimm ist es nicht. Da gibt es ganz andere Beispiele. Und inzwischen weiß ich, dass gerade die 70er bei Yes in einem dichten Cannabis-Rauch stattgefunden haben. Und dass allein Rick Wakeman sich im Nachhinein dazu bekannt hatte, ein extremer Alkoholiker gewesen zu sein. Aber bei ihm war das dann einfach jahrelang viel zu sehr sichtbar. In der Sache habe ich damit kein Problem. Im Gegenteil, aber diese Band hielt sich sehr gerne richtig bedeckt. Und was sie so bei Interviews sagten, das entsprach nicht immer so in Gänze dem, wie es intern zwischen ihnen zuging. Und das bringt uns wieder zurück zu Union. Bis zu diesem Augenblick besagte er die offizielle Erzählung, dass die beiden Bands ihr Schisma aufgaben und in gutem Glauben zusammenkamen mit Material, das sehr viel Potenzial hatte. Doch Jonathan Elias riss sich das Projekt unter den Nagel und isolierte die Musiker vom Resultat und machte schließlich mit der Musik, was er wollte. Nun, hier ist die Gegendarstellung. Und ich entnehme sie aus den beiden historischen Interviews, die Henry Potts mit Jonathan Elias und Jimmy Horn führte und die sich spezifisch nur um Union drehten. Erstmal Jonathan Elias in den Augen einiger Yes-Mitglieder und Fans, der Hauptschuldige an der Misere. Elias berichtet in dem Interview erstmal über die Ausgangssituation im Studio. Zum einen nahm Steve Howe zu diesem Zeitpunkt sein Soloalbum auf und sein Beitrag zu Union bestand darin, dass er ein paar Kompositionen opferte. Doch sein Problem bestand eher darin, dass er sich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mit John Anderson verstand und dass er mit ihm kaum im selben Raum sein wollte. Jonathan Elias beschreibt es als einen ziemlichen Kinderfasching, wo letztendlich alle Begegnungen im Studio zwischen Anderson und Howe mit Jonathan Elias dazwischen als Mittler stattfinden mussten. Und Steve Howe erwies sich ohnehin nur dann zur Teilnahme bereit, wenn er schon morgen früh einen riesigen Joint durchziehen konnte, was dann aber den Nachteil besaß, dass er den restlichen Tag als Musiker nur begrenzt zu gebrauchen war. Wir setzten uns also hin und versuchten ein paar Akkorde niederzuschreiben. Und hier sitzen also so eine Art Jugendidole von mir und können nicht mal drei Akkorde zusammenschustern, ohne in krassen Streit zu verfallen. Und das war nur die Kombo aus John und Steve. Und Steve trittete mich ständig damit, wie sehr er Johns Texte hasste und dass John keine guten Ideen mehr hat. Und John würde mir ständig zustecken, oh, Steve ist so abgerockt und Asia war so schrecklich, schau, was es aus ihm gemacht hat. Auch an Rick Wakeman lässt Elias kein gutes Haar. Und Rick hatte drei oder vier Motive, die er spielen würde, immer dasselbe bei allem. Ich brachte eine Hammond-Orgel rein, er würde sie nicht mal anfassen. Er sagte, das ist doch alles altmodisch. Ohne zu erkennen, naja, dass er derartig weltfremd geworden war. Was hätte es geschadet, wenn er sie gespielt hätte? Ich konnte diese Typen einfach nicht dazu bringen, sich zurückzuziehen und gemeinsam Material zu schreiben, ohne dass andere Leute mit im Raum waren. aus gesellschaftlichen Gründen. Sie waren miteinander so viele Jahre auf Tournee gewesen und hatten vermutlich so viele Episoden zwischen sich und die Hälfte von ihnen konnte nicht mehr gut spielen. Ich meine, es war wirklich traurig. Sie waren einfach schlampig, müde und alt. Interessant ist auch die Frage nach Jess West. Dazu sagt Elias, Sie hatten doch alle Solo-Karrieren probiert und damit war nicht mehr viel los. Also stellten sie fest, dass sie gezwungen waren, zusammen zu sein und dass die einzige Art, wie sie Geld machen konnten, in Tourneen bestand. Sie konnten kein Geld mit Alben machen, außer das Album hätte echte Pop-Sensibilität und ohne Trevor Rabin waren sie an diesem Punkt so weit weg von jeglicher Pop-Sensibilität. Und es gab Momente, da wollte ich sie dazu bedrängen, mit ihm mehr zusammenzuarbeiten, aber sie würden dann nur über Trevor lästern, insbesondere Steve. Junge, wie der Trevor gehasst hat. Und weiter erzählt Jonathan Elias, was dann geschah war, dass wir gemeinsam anfingen, Tracks zu schreiben und sie würden irgendwann einfach aufhören. Steve wollte sich keine Passagen von Rick anhören, Rick wollte sich keine Passagen von Steve anhören und Bill Bruford wollte nur wissen, klappt das alles im Rahmen des Budgets? Sie kümmerten sich um keine Notemusik. Sie alle dachten, John würde Geld von ihnen stehlen. Ich glaube, sie hatten mal einen Manager, der von ihnen Geld stahl oder sowas in der Art. Wer weiß, welche kreativen Buchhaltungen sie da aneinander praktizierten. Aber sie trauten sich gegenseitig nicht über den Weg. Henry Potts fragt nun in dem Interview, du wirst in den Liner Notes fast bei jedem Track als Mitkomponist geführt. Entstanden die Songs mehr in Zusammenarbeit mit den Musikern oder mehr im Nachhinein? Basierend auf ihren Ideen. Und Jonathan Elias antwortet darauf, sie hatten keine Anfangsideen. Ich würde sagen, Steve hatte ein paar, Rick hatte eigentlich keine. Wir nahmen ein paar Licks von Steves geplanter Solo-Platte und ich ermunterte John, sie zu entwickeln. Und er sagte nur, das ist doch alles Schrott. Und ich sagte, John, das ist alles, was wir im Augenblick haben. Lass uns daraus das Beste machen. Da war also nichts zu spüren von diesem magischen, wundervollen, offenherzigen Geist, den der Begriff Yes so mit sich brachte und den ich erwartet hatte, was mich zuerst total niederschmetterte. Es brauchte für mich ein paar Wochen, das wirklich zu verinnerlichen. Ich hatte davor gerade mit Duran Duran zusammengearbeitet und wir hatten einige Nummer 1 Songs fertiggestellt. Und diese Jungs konnten ihre Instrumente nicht ganz so toll spielen, aber sie besaßen einfach einen tollen Geschmack. Und dann sitze ich da mit einer Band wie Yes, die zwar toll spielen soll, aber dafür haben sie null Geschmack. Sie konnten nicht Lieder schreiben, ohne jemanden im Raum zu haben, der wie so eine Art Puffer funktioniert. Also wurde ich dieser Puffer. Ich bin jetzt nicht wahnsinnig stolz auf einige der Akkordfolgen und Melodien, die dabei herauskamen, aber es ist ein Wunder, dass das überhaupt alles aufgenommen wurde. Im Interview geht es dann weiter um den wiederholten Vorwurf von Steve Howe und Rick Wakeman, dass ihre Spuren einfach aus dem Mix entfernt wurden und durch andere Musiker ersetzt. Elias erklärt das so, dass das ausschließlich auf Drängen von John Anderson geschah, sozusagen in Abwesenheit der beiden Musiker. Aber dass auch viele der Bänder, die Rick Wakeman nachträglich eingeschickt hatte, damit sie in eine bestimmte Komposition eingefügt werden konnten, de facto unbrauchbar waren, weil Rick offensichtlich nicht die Teile von Steve Howe sich angehört hatte und die Spuren somit zusammengefügt nicht sehr toll klangen. Da muss ich auch ein wenig an Tormato denken und daran, wie sehr damals bei Tormato links Steve Howe's Gitarre dröhnt und rechts Rick Wakeman's Keyboards nudeln und das alles klingt so, als würden die beiden in vollkommen unterschiedlichen Sessions spielen. Jonathan Elias sagt weiter, Wir hatten mit Steve angefangen und dann sind wir auf Reisen gegangen und haben mit Rick in Paris gearbeitet. Aber Rick wollte nichts von Steve hören. Das verdeutlicht ein wenig, wie diese Band in Wirklichkeit keine richtige Band war. Sie waren wirklich alle nur dort, um etwas rauszubringen, damit sie endlich auf Tour gehen konnten. Und einige der anderen Zusatzmusiker, die auf dem Album zu hören sind, kümmerte das Projekt mehr, als es die Musiker kümmerte, die eigentlich in der Band waren. Tony Levin war ein rettender Engel für mich. Er war die einzige Person, die sich in dem Projekt rational verhielt. Soweit also Jonathan Elias. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass er hier und da ein wenig auf die Pauke haut und übertreibt. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass Elias hier gegen die zu diesem Zeitpunkt 10 Jahre bestehende Erzählung ankämpft. Er hätte das Album total verhunzt. Deutlich weniger traumatisiert aus dieser Erfahrung ging der Gitarrist Jimmy Horn hervor. Hier ist also, was er zu dem Thema zu sagen hatte. Ich bin in die A&M Studios in Hollywood gegangen, um John Elias zu treffen. Und er spielte mir paar rohe Mixe für das neue Anderson-Bruford-Wakeman-Howe-Album. Im Grunde sagte er mir, dass Arista empfand, dass Steve Howes Gitarrenspuren nicht akzeptabel sind und dass er einfach nur Solos über alle Songs gedudelt hatte. Nun, das stimmte zu einem gewissen Teil. Was sie von mir wollten, war so eine Überblendung aus dem klassischen Steve-Howe-Stil, aber so gemixt, als sei es Trevor Rabin. Ich schätze, sie empfanden, dass man so mehr Platten verkaufen würde. Jimmy Horn rekapituliert seine Wahrnehmung des Albums so. Ich finde, dass das Album sehr geschmackvoll ist und dass es musikalisch viel zu bieten hat. Ich verstehe die Reaktion der Fans und ich denke, vieles daran hat weniger mit Musik zu tun und mehr mit der politischen Seite der ganzen Sache. Und der Tatsache, dass an manchen Stellen nicht wirklich viel Yes in den Aufnahmen vorhanden ist. Und wenn ich Steve Howe wäre, ich wäre vermutlich auch ziemlich angefressen, dass jemand gekommen ist und meine Spuren einfach ersetzt hat. Aber ich habe wirklich versucht, dabei sensibel seinem Sound und Stil gegenüber zu sein und benutzte sogar die Gibson ES-175 und ähnliches. Über John Anderson hat Jimmy Horn nur Positives zu berichten. Mit John kann man großartig arbeiten. Er ist sehr ermutigend und unterstützend. Ich würde eine Spur aufnehmen und er würde sie sich dann anhören mit geschlossenen Augen und es danach kommentieren, ob er etwas anders wollte. In der Sache kann ich durchaus verstehen, dass eingefleischte Hardcore-Fans von Yes ein riesiges Problem mit dem Album haben, weil eben so viele Passagen auf dieser Platte nicht wirklich Yes beinhalten, sondern Musiker, die unter Jonathan Elias' Ägide versuchten, aus einem Haufen Keramikscherben eine hübsche Vase zusammenzukleben. Doch was Schuldzuweisungen betrifft, da hatte ich nie an etwas anderes geglaubt, als dass dies vollständig und ohne Ausnahme die Schuld von Yes ist. Und warum? Nun, das ist ganz einfach. Das hier sind keine Greenhorns, keine Anfänger, sondern eine der erfahrensten Studiomusiker der Rockgeschichte. Wenn sie es erlauben, dass ihnen Jonathan Elias, Jimmy Horn und Billy Sherwood die Produktion des Albums aus der Hand nahmen, so ist es einzig die Schuld von Yes, dass sie es zugelassen haben. Sie sind die Profis, sie kennen das Spiel. Alles in allem, dieses Album ist mehr wie so eine Art Projekt, bei dem Yes-Mitglieder einen Haufen Fragmente beigesteuert haben und paar Producer und Studiomusiker hatten die Aufgabe, daraus etwas Zusammenhängendes zu machen und dies ist das Ergebnis. Nun ist es aber so, dass ich das Ergebnis ziemlich schätze und somit I tip my hat to Jonathan Elias und Jimmy Horn. Sie haben eine Produktion gerettet, die vermutlich, ähnlich wie die damaligen Aufnahmesessions in Paris 1979, dazu verurteilt war, zu scheitern. Und das wäre bereits das zweite Album, das Yes nicht gestemmt hätten. Es wäre vermutlich ihr Ende gewesen. Und Jonathan Elias hatte sie irgendwie gerettet. Er war eigentlich der Trevor Horn der 90er Jahre für Yes. Aber diesmal haben sie es ihm so gar nicht gedankt. Aber ich konnte ihnen nichts aus der Hand nehmen, was sie sich nicht aus der Hand haben nehmen lassen. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Doch kommen wir doch zur eigentlichen Sache. Ich mag dieses Album. Ich mag den Sound, der extrem gut im Ohr liegt. Man muss gar nicht genau hinhören, um zu merken, welche der Stücke aus der Trevor Rabin-Schmiede stammen und welche Stücke aus der ABWH-Schmiede stammen. An dieser Stelle ist also das Schisman nur sehr oberflächlich gekittet worden. Und ich muss gestehen, dass die Trevor Rabin-Beiträge hier am wenigsten meinen Zuspruch besitzen. Aber ich benutze ja Media Monkey, wenn ich zu Hause MP3s höre und dort gibt es die Funktion, dass man jeden Track einzeln mit Sternen bewerten kann. Also habe ich mir das Album vor zwei Tagen wieder angehört und parallel alle Tracks einem Grading unterzogen. Und schon der Gesamtanblick macht deutlich, dass ich das Album nicht für eine Katastrophe halte. Es fällt aber auf, dass die beiden Stücke hier, die ich eher gering bewertet habe, also Lift Me Up und Saving My Heart Beiträge sind, die von Yes West und Trevor Rabin stammen. Gehen wir also mal schnell die Tracks durch. Das Album beginnt mit I Would Have Waited Forever, geschrieben von John Anderson, Steve Howe und Jonathan Elias. Ist okay. Es ist ein seltsamer Einstieg in einem Album, so gleich mit einem Refrain beginnend, aber grundsätzlich ein angenehmer Okay-Track. Dann kommt Shock to the System, ebenfalls Anderson, Howe und Elias. Das ist eine dieser typischen Kompositionen hier, die ursprünglich zwischen Anderson und Howe hätten entstehen sollen und dann weitgehend von Elias übernommen wurden. Jimmy Horn sagt in dem Interview, dass in dem ganzen Song keine Restspur von Steve Howes Gitarre übrig geblieben ist. Was wir hier also hören, ist vermutlich nur Jimmy Horn an der Gitarre. Aber der Song ist verdammt gut und eines der Highlights auf diesem Album. Der Stil ist eigentlich sehr in Richtung von Trevor Rabin, was ja dann aber auch sehr im Sinne von Arista war. Das nächste Stück ist Masquerade, eine etwas über zwei Minuten dauernde kleine akustische Gitarrenfantasie von Steve Howe und gewohnt super charmant. Nichts allzu komplexes, aber dafür schön atmosphärisch. Darum habe ich es auch gleich mal mit 4,5 Sternen vermerkt. Und danach kommt Lift Me Up aus der Yes West Schmiede. Das ist eine Trevor Rabin und Chris Squire Kooperation. Das Lied ist eine Weiterentwicklung des Stils, den Trevor Rabin für Big Generator prägte. Meins ist es nicht so besonders, aber ich möchte es auch nicht verreißen, weil es durchaus paar spannende und interessante Momente hat. Without Hope You Cannot Start The Day ist eine Komposition von John Anderson und John Elias. Sozusagen die zwei Johns. Ich gebe hier 5 Sterne, das ist eine verdammt gute Nummer. Tolle Komposition, tolle Klangqualität, tolle Aufnahme, tolle Atmosphäre, extrem zeitlos klingend und super aufregend. Das ist eines der Highlights hier auf diesem Album, finde ich. Aber es ist interessant, dass wenn die Leute über Union sprechen, dass das eigentlich so ein bisschen übersehen wird oder unter den Tisch fallen gelassen wird. Dann kommt Saving My Heart von Rabin. Okay, ich sage nicht, dass das hier ein schlechtes Lied ist. Ich sage nur, dass das für mich das unattraktivste Lied auf dem ganzen Album ist. Das ist eine schmalzige Feel-Good-Nummer, die gut auf ein Solo-Album von Trevor Rabin gepasst hätte. Aber es ist auch interessant anzumerken, dass Trevor Rabin das nicht auf dem Union-Album haben wollte und dass es John Anderson war, der ihn dazu überredet hatte. Das siebte Stück ist Miracle of Life. Also von den Sachen, die Trevor Rabin zu diesem Projekt beigetragen hat, ist das hier vermutlich die beste Nummer. Interessanterweise mit Mark Mancina aufgenommen, der wie Trevor Rabin später auch ein etablierter Soundtrack-Komponist in Hollywood ist. Interessant ist auch, dass hier Eddie Offord aktiviert würde, um das Stück zu produzieren. Achtes Stück ist Silent Talking, komponiert von Anderson, Howe, Wakeman und Bruford und Elias. Silent Talking ist also eine ABWH-Gemeinschaftskomposition. Großartiger, weitgehend, akustischer Song. Eine sehr gute Nummer, finde ich. Das neunte Stück ist The More We Live, Let Go. Jetzt kommen wir zu einigen etwas exotischen Beiträgen auf diesem Album. The More We Live, Let Go ist eine Komposition von Chris Quire und Billy Sherwood, produziert von Eddie Offord und Sherwood und ich finde das Stück fantastisch, wird auch von allen total übersehen und ist eine großartige, cineastisch anmutende Rocknummer. Für mich ein weiterer Höhepunkt des Albums. Aber stilistisch ist es eben ganz woanders, aber was soll's, diese LPs ohnehin vollkommen eklektisch bis zum Gehtnichtmehr. Nun kommen wir zum Track Nummer 10 Angkor Wat. Diese Nummer wird Anderson Wakeman und Elias zugeschrieben, aber wer weiß, ob Rick Wakeman überhaupt drauf ist. Dieses Stück ist der Grund, warum ich mir damals die CD kaufte und nicht die Vinylplatte, weil Angkor Wat damals nicht auf Vinyl dabei war, sondern nur auf der CD, als so eine Art Bonus-Track gehandelt wurde. Und Yes-Fans halten von dem Stück so gar nichts. Ich halte von dem Stück verdammt viel. Es ist der seltene Moment, wo die Band endlich mal in die Hemisphäre des Ambient absteigt und im letzten Drittel erklingt dann eine gewisse Pauline Chang, die in der Khmer-Sprache ein Gedicht rezitiert. Ich finde das Stück rundum fantastisch und ich habe noch nie jemanden gehört, der darüber etwas Positives auf YouTube gesagt hat, also bin ich jetzt mal dran. Großartige, verträumte Nummer, sehr eskapistisch, ein faszinierendes Stück, das ich in den letzten 30 Jahren zu einer Menge Mixes und Playlists hinzugefügt habe. Angkor Wat Nummer 11, ältest Stück hier ist Dangerous Untertitel Look in the Light of what you are searching for. Dangerous ist ein richtiger Rockkracher, den Anderson und Elias geschrieben haben und das Lied ist wirklich sehr solide. Es hat diesen ausgeflippten Spät-80er Sound und hätte eigentlich mehr zu Yes West gepasst. Nummer 12 ist Holding On. Das ist eine solide Nummer aus der Feder von John Anderson, Steve Howe und Jonathan Elias. Großartiger Mix, finde ich. Anständige Mucke. 13. Track ist Even Song. Even Song findet niemals irgendwo Erwähnung, wenn die Leute über Yes oder über Union reden. Es ist dieses winzige Versatzstück, geschrieben und aufgenommen durch Bill Bruford und Tony Levin nur 50 Sekunden lang, aber einfach nur gigantisch. Ich habe hier gleich fünf Sterne zu vergeben. Ein tolles kleines Juwelchen und vollkommen übersehen. Take the Water to the Mountain ist eine Solo-Komposition von John Anderson und hat so ziemlich alle Wesenszüge eines John Anderson Songs. Solide, angenehm, stimmungsvoll, Man merkt an dieser Stelle, wie sehr Peter Gabriel begonnen hatte, die Popmusik zu beeinflussen. Es klingt wie so eine richtige Peter-Gabriel-Nummer. Und das Album wäre hier eigentlich zu Ende, aber die europäische und japanische Version dieser CD hier hat noch einen zweiten Bonus-Track, der da heißt Give and Take. Und das ist so ein kleiner Kracher fürs Finale, aber es stimmt schon, dass es mehr stimmig anmutet, wenn das Album mit Take the Water to the Mountain enden würde. Das ist mehr Yes-mäßig dann. Give and Take ist jetzt kein Desaster und ein solider Rocksong mit einigen recht interessanten Rhythmuszählzeiten. Klingt auf jeden Fall wie so ein Überbleibsel von dem ersten Anderson Wakeman Bruford Howe Album. Guter Refrain. Ich habe hier nur drei Sterne gegeben, aber drei Sterne sind auch nicht schlimm. Ein Stern ist schlimm. So, nun, nachdem das Album also geboren war in all den beschriebenen Schmerzen, ist die Band endlich auf eine Welttournee gegangen. Alle acht Musiker. Und das war außergewöhnlich und eine Gelegenheit, Yes mit acht Mitgliedern auf der Bühne zu sehen. Und das war es, wie ich Yes live gesehen habe. Und das war gelinde gesagt, großartig. Denn auf einer Bühne sind all die Seltsamkeiten und Animositäten schnell vergessen. Und es war absolut faszinierend, ein Yes-Konzert zu sehen, bei dem Alan White neben Bill Bruford trummelt, Trevor Rabin und Steve Howe hatte man wohlweislich an den sehr entgegengesetzten Enden der Bühne platziert, John Anderson war in Topform, Tony Kay und Rick Wakeman haben sich hervorragend ergänzt und Chris Quire war gewohnt brillant. Es war irgendwie auch eine letzte Chance gewesen, diese Musiker in einem Erscheinungsbild zu sehen, das man gerade noch so als junge Männer bezeichnen kann. Ich habe hier noch meine Eintrittskarte die Namen der acht Musiker stehen gedruckt auf der Eintrittskarte und das war vermutlich eine sehr gute Idee, denn ich kann mich erinnern, wie ich am Ticketverkauf in Worm in München stand, das war gleich am Eingang und ich hatte vermutlich irgendwelche Platten gekauft und sah plötzlich ein Poster mit dem Yes-Logo und ich wusste da noch glaube ich nichts von dem Album, deshalb war ich nicht gerade aufgeregt, weil ich hielt es für wahrscheinlich, dass das irgendeine Yes-West Variante sein wird und ich wollte nicht unbedingt ein Yes-Konzert sehen mit Paul Rogers am Gesang oder etwas in der Art und der Verkäufer am Schalter hatte dann gleich diesen Ticketbogen vor mich hingelegt und ich sah dann die ganzen Namen ich bin dann zur Bank gelaufen und habe paar hundert Mark abgeholt und habe gleich zehn Tickets gekauft ich wusste genau, dass ich einen oder zwei Telefonate in meinem Freundeskreis führen musste um sie loszukriegen diese ungewöhnliche Situation wurde auch in einigen soliden Konzertaufnahmen festgehalten 20 Jahre später erschien das dann bei dem Gonzo Label als eine Livebox die ich hier habe da sind dann zwei DVDs und zwei CDs drin und ein Backstage Pass die Qualität die Qualität ist solide nicht bahnbrechend aber ich sehe auch grundsätzlich die Herausforderung bei einer derartigen Band ständig acht Leute aufzunehmen da kann die Musik manchmal etwas schlammig klingen aber es klingt zum Beispiel deutlich besser als Yes Shows von 1980 und die finde ich ja auch großartig die Songauswahl für die Live CD ist ziemlich gut repräsentativ für das Union Album hat man hier ausgerechnet Saving My Heart genommen dabei hat Union so viele bessere Tracks zu bieten aber ich erinnere mich dass die Setliste ein paar eigentlich ein paar Tracks länger war als diese Auswahl hier ich erinnere mich dass sie in München zum Beispiel Lift Me Up gespielt haben und das ist auch zweimal hier auf den DVDs festgehalten worden sie haben von Union auch Shock to the Mountain das kann man in der Konzert DVD tatsächlich alles sehen was extrem viel Spaß macht sind diese krassen Gitarren Solo Duelle zwischen Steve Howe und Trevor Rabin so etwas hat man ja nicht jeden Tag aber zurück zu dem eigentlichen Studio Album namens Union über ein Detail haben wir noch nicht gesprochen und zwar das hervorragende Cover von Roger Dean Man kann ja von dem Album halten was man will aber das Cover ist großartig geworden ich habe sogar ein Poster davon aber das habe ich leider nicht auf Anhieb gefunden um es jetzt hier zu zeigen ist irgendwo auf dem Speicher es ist aber auch schon 30 Jahre her dass ich es gekauft habe da ich ja bereits im Media Monkey jeden Track mit einer eigenen Sternezahl bewertetet aber ist es nun einfach dieses Album entsprechend gesamt zu bewerten denn ich muss nur die Bewertungen alle addieren und dann durch 15 teilen die Anzahl der vorhandenen Tracks und was dabei herauskommt ist eine Bewertung von rund 4 Sternen und das gefällt mir mir ist klar dass viele das etwas schockierend finden weil dieses Album eher gerne verrissen wird aber so ist es halt ich kann dem Album einiges abgewinnen und für mich hat nach 1991 Yes höchstens noch zweimal ein Niveau erreicht das mit Union mithalten kann natürlich kann ich an dieser Stelle nicht endgültig die Frage beantworten ob wir es hier mit einem Yes Album zu tun aber ich fand dass diese Produktion einen interessanten geradezu faszinierenden Hintergrund hat den ich hier mit euch teilen wollte und es mag ja sein dass meine Affinität für dieses Album ein wenig nach Nostalgie riecht aber um wie kommt de Valmont zu paraphrasieren dagegen bin ich absolut machtlos in diesem Sinne bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten